Ralf Gunesch alias Feigengrille alias Felgengralle alias Ralf Gulesch. So wenig Zeit verbringst du, hast schon so viele Kosenamen. Ja, das ist Wahnsinn. Da muss ich mit einigen sprechen. Ja. Das müssen mit einigen noch ausdiskutiert werden. Und der Erste, mein Lieber, das bist du. Wir haben jetzt tatsächlich in der Pause nicht drüber gesprochen, weil ich ihn jetzt vor vor allen Tatsachen stellen möchte. Was ist bei dir denn schief gelaufen? Also pass auf, angefangen hat es, dass ich auf einmal zig Tweets bekam. Du bist umbenannt worden, heißt jetzt Feigenralle mit diesem Bild, wo die Feige auf meinen Kopf gesetzt. Sehr gutes Bild. Danke an euch. Und ich so völlig ahnungslos, was ist denn hier los? Und irgendwann hat mir einer gesagt, dass du der Hauptverantwortliche dafür bist. Und dann habe ich mir das Video angeschaut. Kannst du mir beschreiben, was ich da sage, weil ich weiß es nicht mehr. Weil du findest es völlig unverständlich, warum jemand, der sich für Autos interessiert, Felgenralle heißen soll. Nein, Feigenralle. Ich dachte, warum einer der, oder? Nein, 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 nein. Du hast dich über Felgenralle aufgeregt. Aber ich will, dass du Feigenralle heißt. Korrekt. Ach so. Ja, aber da habe ich dir ein komplett neues Image verpasst. Andere PR-Berater, die nehmen da zigtausend Euro. Ja, aber ich arbeite jetzt seit Jahren an Felgenralle und jetzt kommst du mir mit Feigenralle. Hätte ich dir schon vor Jahren nennen. Feigen sind die Felgen der Zukunft. Wir können uns, bitte notieren, wir können uns, wir einigen uns darauf, von dir lasse ich mich hin und wieder Feigenralle nennen, wenn. Wenn ich eine Felge esse. Du jetzt Feigen isst. Oh, zum Glück, ich dachte, ich soll die Zitronen essen. Kosten und Mühen, also ich habe nichts gescheut und nichts. Das sind doch aber nicht nur Feigen. Oder da ist doch irgendwas drauf. Nein, nein, das sind Feigen, das ist die Limette, nein, nein, die Limette ist nur Deko und das ist einfach nur ein bisschen Schale der Limette. Das soll, eure Regie sagte, das soll auch entsprechend aussehen. Schön. So, deswegen müsst ihr zwei jetzt. Wieso, ich glaube ich. Ich habe überhaupt nichts damit zu tun. Ja, aber du hast auch Salami, Nutella, hast dich von mir überzeugen lassen. Mein nächster Schritt bei dir ist Pizzasalami mit Nutella. Aber warum wird er bestraft und ich auch, oder was? Ja, aber weißt du denn, wie die Feigen schmecken? Ja, natürlich, ihr habt schon meine gegessen. Daher kommt ja auch mein Spitzenhandel, Feigen, Nils. Mh, alter. Wusstest du, dass es so gut schmeckt? Nee, ich habe es eben, als ich es zubereitet habe, habe ich eine genascht und muss sagen, die sind echt lecker. Wow, das sind die besten Feigen, die ich je gegessen habe. Und diese Limette, die haut richtig genau oben das Sahnehäubchen drauf. Jetzt wirklich. Aber überraschend. Das ist aber nicht irgendwie so Eiterbeutel oder so. Nein, das sind wirklich ganz normale Feigen. Ich war ernsthaft eben noch gegenüber und habe erst mal den kompletten Supermarkt durchsucht. Wo kriegt man Feigen? Ich wusste gar nicht, dass man sowas kaufen kann. Weißt du, was mir gerade auffällt? Neuer verpackt worden. Ich habe die ganze Zeit Feigen mit Datteln verwechselt. Ich dachte, Datteln sind verrundelte Feigen. Aber sind Datteln getrocknete Feigen? Oder sind Feigen nicht getrocknete Datteln? Das ist eine Frage für Montagabend. Und wenn man dattelt, heißt es nicht, dass man zockt? Also muss man beim Zocken datteln? Das mit der Limette schmeckt. Stimmt. Das ist Wahnsinn, wirklich. Das ist echt gut. Ich werde mir das merken. Ich muss wirklich zugeben, ich hatte wirklich vergessen, warum das alles zustande kam. Ich hatte mir die ganze Zeit überlegt, denk dran, du wolltest noch einen Twitter-Account machen mit Feigenrallen. Und ich wollte die ganze Zeit Bilder von dir nehmen und Feigen-Photoshoppen und als Feigenralle. Also das heißt, während du jetzt noch Sendungen machst, muss ich ganz schnell ran und mit diesen Account schützen. Nee, der ist jetzt schon weg. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass der jetzt nicht mehr gestimmt. Deswegen sage ich es ja, in der Hoffnung, dass es jemand anders macht, weil ich habe es nicht geschafft. Aber die hören es ja 20 Sekunden später, also noch eine Zeit. Schnell eine Eindlung. Warte. Mann, ich werde mit meiner Freundin welches tun, als hätte ich das. Heute Abend mal einfach Feigen zubereiten. Ja, warum nicht? Guck mal, ob Ed Feigenralle noch frei ist. Mal gucken, wer der Erste aus dem Chat ist, der sich das sichert. Weg, weg ist es. Gerade im Prozess. Das ist echt lecker, ne? Das mit der Dimette. Komm, Entschuldigung, ich habe jetzt echt, aber du hast ja gesagt, ich soll. Das passt wirklich gut. Dann kriegt man spontan noch gesunde Ernährungstipps. Ernährungstipps. Das ist wirklich gut. Alles falsch gemacht. Ich hoffe, es hat gemundet. Es tut mir sehr leid, dass ich deinen Namen verhunzt habe. Na, verhunzt ist ja das falsche Wort. Es ist ja nicht so, dass es mir unangenehm ist. Das Einzige, das muss ich jetzt sagen, was mir unangenehm war, dass du die Art und Weise oder die Begründung meines Namens so in Frage gestellt hast. Du hast quasi die Existenzberechtigung angezweifelt. Ich kenne aber leider den ganzen, den Running-Gag-Hintergrund ja auch nicht. Da ist ja leider kein Fußballprofi, keiner Fan. Das ist überhaupt kein Problem. Im Prinzip, also jetzt kurz erklärt, auch für dich. Ja, gerne. Wir haben jetzt Zeugen. Große Leidenschaft für Autos, das ist ja bekannt und das hat man ja auch hin und wieder gesehen, wenn ich hier war. Und eine große Hamburger Boulevardzeitung ist mal auf die Idee gekommen, mir diesen Spitznamen zu verpassen. Oder eine große Boulevardzeitung, nicht nur Hamburger. Und ich habe mich lange nicht dagegen gewehrt, aber es war mir halt so. Ja, aber die hätten auch alles nehmen können. Reifen, Rallye. Ja, aber Felgen, Rallye ist so, spricht sich so leicht. Ja, Reifen, Rallye klingt eher so nach einem Schrauben, Rallye, Cockpit, Rallye. Ja, aber ich finde, Felgen, Rallye lässt sich ganz gut so weggesprechen, durchreden. Und ich muss gestehen, lange Zeit war das nur so mein medialer Spitznamen. Aber Felgen, Rallye klingt so ein bisschen so schäbig. Felgen, Rallye ist weg! Der einfach Felgen verkauft. Als wäre so dein Hauptberuf Felgenverkäufer. Nee, du kannst auch ein ganzes Auto haben, wenn es sein muss. Ich verstehe schon. Nein, ich will ja auch echt nicht, ich habe ja wie gesagt, es tut mir leid, nicht böse. Nein, es ist jetzt, also das, also Feigen sind das moderne Kriegsballbegraben. Darauf geben wir uns die Hand. Ich glaube, du hast auf jeden Fall hier einen guten Pitch für eine Kochshow gemacht. Simple Sachen mit Feigenralle. Ich habe gerade den Namen Ralf Gulesch bei Twitter gesichert. Was mit Ralf Gulasch? Aber du hast ihn mit O, U. Ja, ja, ja. Ja, Gulesch. Gulesch. Aber das hast du gar nicht mitbekommen, oder was? Ja, Gulesch, ja, aber mit O, U oder nur mit U? Ich habe es nur mit U mitbekommen. Gulesch wird doch, wird Gulesch nicht mit O, U geschrieben? Ich glaube, du hast ihn richtig geschrieben. Und zum Thema Gulasch, du bist wirklich der Erste. Ich habe das noch nie gehört in meiner Schulzeit. Ja, 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 ich habe auch den Gulesch erst jetzt gerafft. Okay, let's go. Das ist halt der Name scheiße. Was soll man sagen? Popular Accounts. Nein, ich will keinen Accounts. Ich will nur dir folgen. Continue. Ich folge nur dir, Ralf. Der erste ist der Fallschirmst du. Simon Katzmann, der macht immer gute Sachen. Dann würde ich ja jedenfalls mal abonnieren. Wieso denn? Warum ist online, warum ist Chris der Erste, dem man folgen soll? Weil Chris ist einfach hardcore. Der ist mit Twitter, ist der im Bett. Upload, Foto. Das kann ich mir auch nicht erklären. Gruß an Chris. Find people, you know. Aber Chris ist momentan nicht ansprechbar. Wieso? Der ist so derb nervös wegen der Tour. Den kriegst du auch gar nicht mehr bei WhatsApp. Die Nukulatur durch Deutschland startet. Kann man ja mal ein bisschen Fremdwerbung machen. Okay, Ralf Gulesch. Ad Ralf Gulesch. Ist jetzt so gestellt. Ich werde jetzt sofort was, sofort gleich ein Bild oder so tweeten. Von, von, ich schreibe irgendwas. Aber es fasziniert, oder? Was Twitter jetzt schon über dich weiß. Du kriegst nur Leute vorgeschlagen, die du alle kennst. Ja. Oh. Da kriegt man ein bisschen Angst. Ja. Ähm. Achso. Nein, komm. Huch. Ja. Willst du noch bleiben kurz? Wir gucken uns kurz noch das Ende an mehr oder weniger. Sehr gerne. In der letzten Zeit ist hier glaube ich viermal sind wir gestorben. Allein jetzt in dieser Runde, seitdem wir reden. Weil du twitterst. Mit Ralf Gulesch. 200 Jahre alte Feigen gegessen. Nein. Das gefällt mir. Sehr lecker. Oh, ich habe gerade 200 Jahre alte Feigen gegessen. Sehr lecker. Etwas alt. Also so, sehr lecker. Njam Njam. Okay, das ist das erste, was ich poste. Tweet. Pam, Alter. Ralf Gulesch, erster Tweet raus. Pam. Ich habe ja mal einen Twitter-Account für Schmorf gemacht. Echt? Echt? Sein Normalnamen. Steffen Morfmann? Ja, den gibt es ja. Der hat, der hat auch keine Follower. Er hat keinen einzigen Freund. Nee? Ich hatte immer gehofft, dass der Hauke mich im Spiel mal im Pen & Paper ein Smartphone finden lässt und dann hätte ich quasi… Okay. So viral, nebenbei Tweets als Schmorf raushauen können. So hier könnt du die Leute jetzt nicht anfüttern ohne sie das Ende zu zeigen. Das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. Ja, machen wir jetzt. Hier läuft zum hunderttausendsten Mal das Ende. Wir hängen oben auf dem … Aber was ist das eigentlich für ein… ist das kein Auto ist, ein LKW. Felgenralle. Was ist das für ein Vehikel hier? Das gibt's nicht, oder? Das, was darüber hängt, ist halt so ein... Das hier mit so Reifen? Ja. Was ist denn so ein Transporter für... Auf einer Kohleabbau... Ja, mit diesen riesigen Minen gelöst. Die haben Autoreifen, die gehen als Planeten durch. Okay, und hier müssen wir jetzt irgendwas machen? Ja. Wir dürfen nicht die Engine anmachen. Nee, wenn man Öleck hat, sollte man... Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich glaube, der hängt an so einer Machine Gun, hängt der, glaube ich. Ja, das... Kann man das Detection irgendwie? Machen wir Control? Aim, Fire, System, Off vielleicht? Ah, ja! Ja. Sehr gut. Oh, jetzt hängt er noch an, Buzz. Das dürfte die License Plate sein, ja. Ah! Kennzeichen. Ein schöner Tod. Hat ein bisschen was vom reichen Machtfall bei Sherlock Holmes. Ja. Das stimmt. Nur, dass er alleine fällt. Mal schauen. Jetzt ist eigentlich Ende. Ja, du möchtest... Zeit fürs Ende ist angebrochen. Ja, du möchtest... Zurückklettern, es sei denn jetzt... Jetzt kommt noch irgendwas Dramatisches. Ist das nicht so... Erinnert dich das nicht an diese Flugzeug-Zurückschiebeautos? Ja, jetzt wo du es sagst... Flugzeug-Zurückschiebeautos? Zurückschiebeautos? Ja, wie heißen die denn? Die Dinger, die... Genau, wo die Reifen so andocken und dann... Shit! Die brauchen jetzt mich als Balance? Nee, ich muss einfach nur rausrennen. Ja, das... Ja, lauf, 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 lauf! Was soll das denn? Rennen! Rennen kann er. Oh, nö, war nicht schnell genug. Oh, das ist doch doof. Ich hab doch geklickt. Damn. Let me try that again. Okay. Ach nein, komm! Nein, nein, nein! Kannst du mal Escape drücken? Why? Super, das dauert nicht mehr lange. So, wir machen den an. Wir gehen zur Waffe. Jetzt können wir eigentlich noch mal Escape drücken. Ja, komm, drück noch mal erst. Ach, es geht ja schnell. Ist der Pfeil? Hast du ne Idee, was ich jetzt machen soll? Anders als eben? Ich würd mich einfach beeilen. Ich würd einfach ganz schnell laufen. Warum warten die nicht? Warte, komm zurück! We need your weight in the plane. Okay, klick, 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 klick. Ja. Er macht original nix, er macht nix. Oha, was ne Ratte. Das ist doch scheiße! Neee. Zurückrufen kann man die nicht, so nach dem Motto, weil die Stimme ja auch sagt ihr, wir brauchen euch als Gegengewicht. Das ist an sich ja, aber nee. Wir sind der Story, geht das glaub ich nicht. Verdammt. Was sagt Ralf Gulesch dazu? Gerade in den Spiegel. Geschaut. Keine gute Idee. Mehr sagt er nicht. Haben wir denn schon Follower? Ich weiß nicht, ob wir Follower haben. Warte, ich muss mal refreshen. Nochmal escape, bitte. Oh, Ralf Gulesch hat schon 30 Follower. Ernsthaft? Ja. Okay, ganz kurz deine Aufmerksamkeit. Hier wird hier gebraucht. Komm, ich geb dir Verantwortung. Oh, was tu ich jetzt? Das wird jetzt schön geteilt. Ich weiß es nicht. Versuch mal am Anfang, erst ein Stück zu laufen. So nimm's Ralf Gulesch. Erst mal laufen und dann am Ende noch mal klicken. Oder? Meinst du da noch was machen? Testen. Ich hab erst mal geguckt, ob da irgendwas ist, was man anklicken kann. Völlig richtig, nur scheinbar nicht. Die Hasen vielleicht. Ach so, du meinst, dass man sowas wie Gewichten da lässt? Lass es mal versuchen. Escapen Sie bitte. Escapen Sie bitte. Escapen Sie bitte. Ja, ja, ja. Schön. Jetzt guck ich mal wieder in den Chat. Ach so, ich wollte da einen Tweet verschicken. Das kannst du gleich machen. Kurz noch mal gucken, was der Chat sagt. Links im Bild auf dem Motorrad. Ach so, natürlich, wir Vollidioten. Was wäre Ben ohne sein Motorrad? Natürlich muss der mit seinem Motorrad da rauskommen. Völlig richtig. Und das fällt mir als passionierter Zweiradfahrer nicht auf. Aber ich hab gar keins gesehen. Habt ihr da ein Motorrad gesehen? Stimmt, das muss da irgendwo sein. Aber wenn wir es nicht schaffen, rauszulaufen, wie sollen wir es schaffen, zum Motorrad zu laufen, zu starten? Adventure-Logik. Scheiße, Idiot. Da muss man nicht weiter drüber nachdenken. Ach so, das Kabel reicht leider nicht. Du kannst aber gerne hier ... Dann wird Ralf Gulesch jetzt einen weiteren Tweet absetzen. Dann mach das doch. Ups, Moment. Ja, du machst das schon. Aaaaaaah. Da, genau. Da ist er. Sagt er jetzt jedes Mal was anderes? Ich hab nicht so drauf achten. Auf jeden Fall was anderes, glaub ich. Okay. Das ist jetzt aber wirklich die letzte Sache, die wir machen müssen, glaub ich. Naja, in der Tasche hat er es nicht. Ne, shit. Äh, wie mach ich denn nochmal das Zeichen? Äh, warte mal, bevor du zu zweit gehst. Aaaaaaah! Ähm, gedrückt halten. Stimmt, gedrückt halten. Du hast die ganze Zeit gespielt. Ist ja auch okay. Oh, nicht nochmal! Hä? Ja, das geht ... Ja. Das ist schön, du bist so eine Ewa, gell? Bist du eine Ewa, bist du. Schön, schön, schön. Ja, freut mich, dass sie jetzt zusammenreiten. Escapen, bitte. Das wird jetzt unser gemeinsamer Account, oder? Ich denke auch, das ist jetzt euer Ding, ja. Jetzt ist er in der Welt, jetzt muss sich jemand darum kümmern. Defense, Maschinenganz. So, ich schau mal wieder, oder ist der? Wo ist der Chat? Sollte eigentlich noch sein, ne? Ah, da, ja, okay. Ups. Einmal Escape, bitte, Ralf. Natürlich. Einmal Escape. Okay, so, Chat, was sagt ihr, das mit dem ... Das stimmt, das ist jetzt da innen drin. Neulich den ersten Kampfstellen Galactica. Okay, wie kommt der jetzt auf Kampfstellen Galactica? Na ja, gut. Müssen wir nicht verstehen, ne? Vielleicht wegen, warum man hier so rausgeschossen wird, wie ... Weißt du, Kampfstellen Galactica, diese ... Ja. Und dann ... Das war auch fast immer bei einer Explosion noch. Ja, Kampfstellen Galactica, das war schon ... Okay. Also, wenn wir nichts machen, passiert auch nichts erst mal, richtig? Genau. Gut, was haben wir? Ein Motorrad haben wir nicht. Aber das ist schon die richtige Lösung, könnte ich auch glauben. Gibt's irgendwelche Schalter? Belüftungsanlagen? Äh, Feuerlöschanlagen? Ne, 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 ne. Gibt's leider alles. Feuerlöscher. Das ist ja wirklich strange. Was würde Batman machen? Gehen wir nach links. Ja, angeblich steht's links außerhalb des Bildes. Oh, Gott. Das ist unfair, oder? Ja, so waren die damals. Okay. Ende. Und jetzt mal ... geil mit nem ... Mit nem Jump? Fuuuum. Ja, ist schon ein cooles Ende. Jetzt will ich aber auch noch mal gute Musik und alles so. Oh, die Prozession der Biker. Es war ein Spiel für ihn. Und er hat es ... ... mit seinen eigenen Regeln gespielt. Er war ... ... ein Mysterium. Für die meisten von uns. Und es war ... ... eine Inspiration ... ... von uns alle. Er hat uns Freiheit. Er hat uns Kraft. Er hat uns Kraft. Er hat uns Wings. Er hat uns wheels. Er hat uns Kraft. Er hat uns geboren wir uns gar nicht mehr. Das wird niemals sterben. So. So. Uh, vielleicht können wir lunchen zum nächsten Mal machen. Ja, sicher. Lunch klingt gut. Nichts werden, sind sie, Ben? Ich meine, weil ich jetzt in charge der Firma bin. Und in einem Haus, und in einem Limo. Das bedeutet, wir werden nicht viel Zeit zusammen spenden. Schau, Mo. Du bist jetzt in einer anderen Liga. Du solltest nicht mehr mit meinen Lieben sein. Aber, Ben... Oh, just a second. Hallo? Was? Nein, 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 das ist verrückt. Ist er verrückt? Schau, move die Gespräche bis 5 Uhr. Und sag die Plante-Formin, dass ich persönlich komme, um zu inspectieren. Ich weiß, ich weiß, das habe ich ihm gesagt. Entschuldigung, was war das letzte Teil? Nein, 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 das Alloy war falsch zu Beginn. Aha. Ja. Ja. Ja, gut. Great. Bis er nur noch auf der Lederhose auf der Straße rutscht. Es gibt kein Tüfteln, es gibt nur noch Tüfteln. Tüfteln? Ach so, Tüfteln. Ich dachte direkt an so Früchte, Tüfteln. Gestehen da wirklich 3D-Vehicle-Models? Hast du viel Arbeit gehabt, oder? Naja, stimmt. Es gab ein paar bisschen was. Das war aber echt kurz. Das Motorrad hat gefühlt die 15 aus Puffe. Ist das die richtige? Puffe. Was sagt die VW-Gegner dazu? Ja, das waren ja alles... Gibt es in der Welt Feigen? In der Welt, wo es keinen TÜV gibt. Ja, klar. Natürlich. Das ist das einzige, was noch existiert. Alles wird aus Feigen gemacht. Alles wird aus Feigen gemacht. In einer Welt, in der alle Männer so mutig sind wie Ben, braucht es auch etwas Feigen. Um den Aus... Der ist deep, der ist richtig deep. 4Deep, äh, 5Me. 5Me? 5Club steht. Kennst du schon den 5Club? 5Club, ja. Aber wir dürfen nicht drüber reden. Wir dürfen nicht drüber reden. Auf Facebook war ich neulich und hab einen Post von dir gefeigt. Soll das jetzt so weitergehen eigentlich bis 18 Uhr oder was? Wir haben nämlich keine Ahnung, was wir jetzt eigentlich machen. Wir sind jetzt durch. Früher bin ich aufgestanden, nachts in der Boxen geguckt, immer wenn Feige Tyson gekämpft hat. Heute sitzt du rum. War der Tag der schlechten Wortspiele nicht gestern? Der ist immer. Der ist jeden Tag. Okay, Feige. Verdammt, mir fällt gar nicht so viel ein jetzt. Warum denn nicht? Feigheit hattest du schon. Wie magst du am liebsten beim Pizza Feige? Mit Käse ran? Ah, Pizza Feige. Ich hab gerne einen sehr dünnen Pizza Feige. Verdammt, gib mir doch einen. Lass mich auch einen finden. Weißt du was? Weißt du noch, als wir zusammen beim Abschlussball waren und du hattest ein wunderschönes Abschlussfeige an? Ja, jetzt wird schon C-Klasse. Ja, jetzt wird schon C-Klasse. Wir haben nur noch 52 Minuten. Was müssen wir jetzt noch machen? Alter Schwede, ey. Nils ist so ein Feiger. Ganz kurz. Genau, wir machen kurz Werbung erst mal. Die Motor-Fikes von Corley Motors fahren weiter über den Asphalt. Nils ist richtig on Feige, ne? Wir machen ein bisschen Verwärmung. Und sind aber gleich wieder da. Nein. Mit was? Wir haben doch gar nichts. Das werden wir gleich noch ausklammeln. Ja, wir überlegen uns noch. Wir schreiben schon noch ein Konzept. Wir pitchen kurz. Ja. Verspreche nicht zu viel. Der Hype wird sonst nicht gerecht. Ja, bis gleich. Vielleicht. Vielleicht. Bis gleich.